mal gucken was mich da fährt, los geht ich wünsche euch einen wunderschönen guten tag, ach das scheiße und wir kommen zurück zu unseren DT zu Minecraft Huxit da läuft und wir jetzt weiter an meinem Aufgang zu meinem Portal weiter bauen weil das will ich jetzt irgendwie mal weiter machen weil die ganze Zeit habe ich schon wieder eine Seite gebaut das Gestöne im Hintergrund muss natürlich sein ah scheiße ah scheiße nein alles klar also ein bisschen authentisch, dann sieht es aus, als ob es da ach ich bin wieder so ein Genie 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 könnte bitte aufhören so eine Scheiße zu machen danke oh Gott ey die ZAP steht bevor, die letzte, die allerletzte der allerletzten und dann hat man es hinter sich erstmal also bei mir da ist ja noch, dann hat man die ZAP geschafft aber dann meinen nochmal alle Nebenkurse wie zum Beispiel wenn man jetzt Physik gewählt hat Physik und was auch immer noch die Arbeiten zu schreiben auf einmal nicht Arbeiten, Arbeiten haben wir schon alle aber noch Tests zu schreiben einfach soll ich hier nochmal so ja marsch mal warte mal gucken wie das aussieht so mach mir mal alles zu hier ja nämlich so so ich brauche jetzt mal den Raum ein bisschen weiter aus soll er so ungefähr ja doch oh Gott das kann was dauern das kann was dauern oh Gott oh Gott jetzt gibt es so was wie einen Hammer wie baut man den denn hmm da kann man so eine ganze Wand auf einmal wegschlagen oh Gott oh Gott oh 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 hmm genau ich will mal den Vorraum ein bisschen hoch und damals gehe ich mir immer kleiner 4 muss ja sowieso hoch das Portal 4 Blöcke der fall da wo ist die fackeln 4 also muss hier direkt oder das portal denn eigentlich 1 2 3 4 5 8 19 11 12 1 2 3 4 5 ja ich bin wiederholen muss denn das verteilen theoretchen 1234 1234 5a sondern muss hier das Oh, ich muss doch eins höher, scheiße, scheiße, oh Gott, den Rest mache ich mit Lava, das ist erstmal so provisorisch. Wtf? Oh, was ist denn? Ja, ich weiß, ich mache es noch, natürlich haue ich dahinter auch Stein weg, einmal ein Feld, weil sonst, ja, dann muss ich da noch Lava machen und so, so richtig geil, aber weiß wir ja noch nicht, also wenn ich mich da so kurz ein Feuerzeug holen, mich darauf vorbereiten, in die Hölle zu gehen. Ja, mit dieser Musik. Ach, das ist doch da oben, ne? Ich gehe einmal kurz hier unten hin, mal gucken, wo ich hier unten habe. Warte mal, wie ist meine Rüstung? Oh, ich werde fast halb verkrüppelt hingerannt. Ich habe keine Ahnung, welche Brust habe ich da drin. Ich muss sowieso nach oben, hier ist einfach nach oben jetzt kurz, mich darauf zu vorbereiten, auch darauf vorzubereiten. Wenn alle Arbeiten überstanden sind, dann werde ich auch mehr aufnehmen, da werden dann zwischendurch auch mal mehr Letts zwischendurch kommen, mehr Letts Tests und wie auch immer. Aber erst einmal müsste es so geschrieben werden. Und dann eben noch nicht der Fall. Ja, quietsche ohne Ende. Ach, da wo die Landeplattform ist. Die ich gebaut habe, die nichts bringt, weil ich kein Flugstab war. Steine. Ich nehme trotzdem mal ein Stack mit, weil in der Hölle können ja auch zwei Stacks. Ich will daran nicht scheitern. Rüstungen. Meteoriten, Hölderiten, Höten, Eriten, nur vormalte Höten. Dornen, nehme ich mal mit. Ah, ich brauche jetzt eigentlich schon neue Beine. Ah, da brauche ich kurz neue Beine. Perfekt. Gut. Was noch? Okay, ist halt so in Ordnung. Oh, das wird jetzt ein bisschen krass. Ähm, Bogen habe ich bei für alles. Ja, zerbarren. Habe ich mir irgendwas wertvolles, was ich da rein tun kann? Ja, das hier so. Ah, hm. Obsidian. Oh Gott, das hat auf keinen Fall Feen. Okay, ich muss irgendwie mal gucken, ob ich da unten irgendwas hin mache, was nicht vereisen kann. Ah. Boah, war das knapp, ey. Okay. Alles klar. Ich habe Flint vergessen, oder? Geil. Boah, Junge, ey. Ich bin heute wie ein Epileptiker. Gut, ich muss gucken, wo... Habe ich noch Flint da? Ich glaube, ich muss noch Flint da haben. Habe ich Eisen mit? Nein, habe ich nicht. Das reicht. Ich renne nicht nochmal da hoch. Auf keinen Fall. Ich habe keinen Flint. Äh. 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 Na. Ist hier irgendwo Gravel? Oh Gott. Das war schon mal mit... In der Zeit. Hä? Aluminium. Ah. Lehm. Ne, kein wirkliches Scheiße. Geht Aluminium einfach. Ne, geht nicht. Gut, wir sehen uns nochmal hier, wenn ich mein Eisenstück habe. Das ist gleich. Boah. So. Äh. Ah. Uh. Uh. Ja? Ja. Ja. Oh, 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 oh. Der Sprung ist ins Zimmer. Mal gucken, was mich da ver... Los geht! Oh... Oh, kurz zurückla... Went... Ice... Ich höre schon die unheile Bisse... Erstmal hier... Was heißt, dass du kommst... Was ist das hier alles? Also ich kenne die normale Hölle, aber nicht die Hexe, Tolle... Heißer Sand... Ich darf hier nicht... Ich darf hier auf keinen Fall... Ach, da wurde automatisch ein Punkt auf der Karte gesetzt... Gut... Das ist... Gut... Ein bisschen lame, aber... Ich brauche, ich sterbe... Ach, das ist der 10... Jetzt hast du wütend gemacht... Das kann einem in der Hölle meistens... Sehr viele Schwierigkeiten bringen... Aber das ist mir egal... Ich bin immer so einer, der die angreift... Egal, ob mir die Schwierigkeiten bringt... Oder nicht... YOLO... Äh... Riesenspinner... Gut... Nitro Creeper... Ich glaube, der explodiert ohne... Was? Also ohne das Vorzeichen... Oh, oh, oh... Ganz viele Monster, die können wir alle... Mann, kill den doch! Baby Hesker Spinne... Oh, Nip Nip... Ich bin scheiße, Mame... Danke... Danke, Danke... Du scheiße... Das tut halt eine kleine Vorzeichen... Das ist einfach... Mit dem Bogen geht das ja alles... Ja... Das ist eine Menge XP... Du... Geht ab... Illegale Massenversammlung... Bis zum nächsten Mal aus... Okay... Whew... Komisch, die ganze Lücke kann man aber auf Kopf stellen, man würde das nicht merken. Oh, da wollen sie heute Rache nehmen an seinen Kollegen, für seine Kollegen nicht an seinen Kollegen. Ich nehme mal eins mit, weil vielleicht könntest du es anpflanzen. Oh mein Gott, den Rest werden wir in der nächsten Folge begutachten, weil ich weiß, was ich weiß nicht, was das hier alles ist. Ist das hier ein Pilz oder was? Übelkeit, ja man. Egal, wir werden es in der nächsten Folge sehen, deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr es in der nächsten Folge enden würdet und bis zum nächsten Mal bei euren Chevrolet. Ciao. 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 Ciao.